Noch ne Runde Terminal Doch Wo ist denn der Royal jetzt hin? Wieder weg Da ist er wieder Nachgejoint Nachgejoint und wieder bei uns im Team Mich verarscht Ich muss diesen scheiß Russen muten Der Stalker geht mir so auf den Sack Ja Schlimm Blödes Russenpack hier Und schon wieder Sprung Ich sitze wieder Wie ist es Host? Wie bist du Host? Näh Nicht? Dann gibt es noch einen beschisseneren Host als dich Ich starte nämlich gleich wieder mit dem Standfeld Der Miese Der Miese Auf den Mais weißt du Röschen? Auf den Mais weißt du Röschen? Auf den Mais weißt du Röschen? Was sagt der Stalker? Weiß ich nicht, hab ihn gemiotet Schlimm Schon wieder Super, jetzt fang ich wieder mit dem komischen Tool da ran Weil der wieder Lava hat, hallo? Bereit machen Fertig Dörer Achtung, Geld aktiv Feindliche Aufklärungsdrohne gewinnt Wir haben die Bosse Schön So viel los bei A, da will ich nicht schicken, hehehe Der sieht da sowas von an, der weiß genau wo er das gegeben werden muss, das kann nicht sein. So viel los bei A. Das war's für heute. 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 Was ist da gerade passiert? 2-3 Spiels grad Zeig doch, wir machen jetzt das 4-3 Wenn wir die Runde noch gewinnen und danach noch mal draußen sind, dann könnten wir das so machen Dann haben wir einen 0-3 Igmane Yo Da ist schon einer unterm Flugzeug Der komplett rein ins Flugzeug Hinten kommt ein anderes Flugzeug Hinten am Baum, in der Base, bei der Galerie, wo man durchschaut Bei dem Bücherladen, oder was ist das nicht? Wie hast du den denn jetzt gekillt? Abgeschossen Also, jetzt kommt wahrscheinlich gleich Hacker, er hat nämlich schon LOL geschrieben In der Info Steht einer Lass doch das stehen Auf dem Dach oben Hausmeister Hat mich Alter 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 Eben der Schnell Das glaube ich gar nicht Weiblich Aufklärung Okay, wir haben verloren Ja Also jetzt haben wir verloren Nein, war es nicht Wir wurden besiegt Das darf nicht nochmal passieren Nein Nee Aber Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020